moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play rustler ist jetzt ein weichen her wo wir das letzte mal hier gespielt hatten so muss erstmal die steuerung wieder nicht zurechtfinden ja auch getabt war furzen so schlecht was gab es hier nix hier rennt man ja genau so rennt man mussten was haben wir hier nice und ich würde sagen wir gehen mit der mission weiter machen machen du wirst nicht glauben was gerade passiert ist cj versuchte einen heiligen graal an andere verzweifelte rücker zu verkaufen und wurde dabei von wachen von den wachen wegen illegalen handels verhaftet lass mich raten du willst dass ich ihn rausholen nein mein wilder krieger ich bitte dich ihn rausholen er ist ein freund ein kamerad oder ein hervorragender alkohol schmuggler bringe diese lieferung des heiligen graal zu einem unserer kunden er ist einer der wächter er ist einer der wächter im gegenzug wird er uns helfen cj rauszuholen ein weiterer agent hervorragend dann würde ich sagen sagen wir mal da auf und reiten los fahren wir mal wo wir überhaupt hin müssen dahin okay in die stadt wir sind hier also einmal nach rechts dann wieder nach rechts links rechts schaffen wir fahren dieses mal niemanden um liefere dem kunden die ladung des heiligen graals ohne dabei den wagen zu beschädigen ja das heißt wir haben keine andere wahl als vorsichtig zu fahren zu reiten wie auch immer da hatte ich schon panik gehabt haben wir wieder eine wache aber wieder einen neuen wagen er fällt holz nach hier müssen wir noch gerade auch sofort panik so hier dann jetzt nach links den überholen wir noch aus mein hals kratzen bisschen ich muss einen moment ich trinke mal eben schluck so und dann reiten wir jetzt weiter ne ich hier noch nicht abbiegen genau hier müssen wir abbiegen beim baden so müsste der gleich da vorne sein wird ob der da einfach in worum so auch hier ja genau so ja endlich der heilige graal es geht aufs haus aber ich denke du weißt ganz genau was im gegenzug möchte er macht ihr keine sorge wird recht einfach sein die nido idiotischen ritter rauszuholen aber zuerst möchte ich mich mit ein paar schlucken erfrischen vielleicht sollte das trinken später ich brauche das mein süßer schnaps alter sind zwei stunden vergangen ziehen wir endlich los verdammte scheiße ja ja nur lass mich zu eine trinken nur diese hier letzte flasche natürlich ich denke ich muss improvisieren und wieder und der schutz nicht so fühlt er sich an wenn man ein totaler reinfall ist so jetzt haben wir was ein kostüm so ich ziehe lieber das schwert wo müssen wir hin aus mich weil die strecke können wir auch zu fuß ich glaube hier müssen wir hin ja okay jetzt muss ich nur noch du bleib stehen in welcher einheit bist du meine einheit es ist die fünfte einheit des dritten regiments von mir egal du kommst jetzt mit mir mit ich werde diesen verdammten bezirg nicht alleine patrouillieren das ist gefährlich sondern die westlichen teile das ist ein verdammtes hartes viertel repatriere dem bezirg verwende die karte um das gebiet im auge zu behalten also was auch von aus tiefs großer großartigen geburtstagsfeier ja sicher das ist hübsch ja tolle party oder ich weiß nicht er hat mich nicht eingeladen ja er hat sogar gott eingeladen du kennst gott oder nicht wirklich der typ der immer in seine rüstung scheißt weil er zu faul ist um sie auszuziehen ja er hat sogar diesen kerl eingeladen okay und du ein zufriediger grün schnabel gott warum hast du dich mich so sehr liegt es daran dass ich seinen becher einmal benutzt habe nun er nimmt immer meinen stuhl ja okay mit dem muss ich jetzt einmal patrouillieren so hat verwenden um ich sollte in der nähe der wache bleiben ja diesen ganzen gebiet durch patrouillieren aber was ist das denn wieder für eine quest die werde gleich passiert und ziehen wird kontrollpunkt erreicht hallo das ist mein fährt wachen wachen das sind das sind wir alle anfänger machen weiter zeigt mir was du drauf hast ich werde ich hier bleiben und absolut nichts tun natürlich so hier geblieben so aussteigen gegner am boden jetzt muss ich zurück zu diesem verdammten dritter aber sein geld nehmen wir mit so wir nehmen aber das 08 15 fährt wieder so moin moin ok jetzt muss ich nur herausfinden wie hey grün schnabel was fällt dir ein abzuhauen oh zum teufel ein mörder ist auf freiem fuß er ist ein verrückter glatzkopf namens guy wir müssen ihn finden wirklich und deswegen bin ich auch hier so ich weiß wo er ist die wache nun eine abgelegene gasse junge junge ich kann nicht glauben dass wir diesen gefährlichen kalt schnappen werden ich werde erst nur ein großes glatzköpkes baby das sich in einem graben versteckt und scheißangst vor uns hat alles klar aber ich muss die drei wahrscheinlich umbringen er wird jeden moment hier sein würde die wachen in der gasse so dritter versuch erst reichen langsam perfekt noch mal so dann auch ne der schon wieder hey du hey du der alkohol schmuggler du musst ihn auf den wagen setzen und zwar sofort aber er willst du deinen job verlieren du wurm bring ihn her pronto so da haben wir den du bist mein retter dann noch mal deine klappe wir sind noch nicht über den berg ja es tut uns leid aus dem weg das tut weh herr wächter warum sind die so gnadenlos bitte ich möchte nicht hingerichtet werden was auf teufel machst du da hinten ein rollspiel das uns den weg aus der stadt ebnet bleibt einfach stirbt du nix ich mache schon so unnötig manchmal man erwartet das war ja der weg hier raus um als ein berechtliches herz und nun ich bin ich bin den zärtlichen armen der gerechtigkeit in kommt fürchte ich bin kein richtiger ritter mehr also du schmuggelst auch alkohol und ich sehe da kein zusammenhang reißer jetzt sind wir aber am arsch aus dem weg nein habe jetzt mir mein eigenes jetzt habe ich ein pferd von mir kaputt gemacht unglaublich jetzt müssen wir aber schnell die wache los werden ja ja schnauze da wirst du wirst komm komm her komm her hier macht ein pferd kaputt komm her komm so ach ne da kommt schon der nächste so jetzt schnell drauf jetzt müssen wir die los werden ach nö nö wo ist Pimperhorst kontrollpunkt neu laden ja das kennen wir schon überspringen wir eben diesmal fahren wir vorsichtig ja das kennen wir alle schon da ist Fußgänger da ist Fußgänger da ist hier schrecklich aufpassen weil top down perspektive man sieht nicht so viel wer da jetzt alles kommt schon ein bisschen ist durch jemanden umzufahren wenn man keine fahndung haben dass ich jetzt ein bisschen leise bin ich will mich jetzt konzentrieren niemanden umzufahren gleich haben wir schon schneller da wären wir rausgeholt du bist ein heiliger ein echter heiliger nice siebener poliergold erhalten und ein skill punkt nice so aber wir wollen hier gibt es jetzt ein kuchen und noch ein kuchen hier muss es auch irgendwo neben entscheiden ja nicht ja auch nicht was ist das hier für fährt blitz immer wieder ein blitz aber wir haben hier wieder glaube denen können wir noch uns noch leisten alles andere hier kostet schon ein bisschen mehr ja das ist der einzige den wir uns leisten können dann nehmen wir das weil das ist ein bisschen so aufgeblinkt hatte so der der hier wäre auch noch zwei hat er gepostet oder hatte der geblinkt das spiel wieder aufnehmen und wir machen hier weiter die große flacht um die registrieren der himmel hat meine gebete erhört wir haben einen weg gefunden um unseren heiligen grad zu legalisieren ok wen wen soll ich umbringen es wird kein blutvergießen geben es stellt sich raus dass es diese alte technik gibt um legal zu handeln müssen wir uns im rathaus anmelden wir betrachten dich als unseren freund und möchten dass du uns in diesem herrlichen moment gesellschaft leistet bitte komm mit mir warte ich scheiße muss aber ganz kurz pause machen so da werden wir wieder also ich musste ganz kurz pause machen mir ist hier in die wohnung irgendwie eine motto reingeflogen und hat mich voll gestörter um bildschirm ist er da genau hingeflogen ist die ist jetzt weg und war ich mir warte mal ist das dann 08 15 fährt wird für euch wird die pause hier einfach rausgeschnitten ja 08 15 fertig weiß wo wir den hinbringen wollen weiß das noch vom letzte mal gab es ja ein der die 08 15 pferde haben wollte richtig mit den retten am rad aus da gehen wir auch hin ich hoffe ich reite auch hier niemanden aus versehen tot wäre ein bisschen doof das sollte irgendwo weiter da oben gewesen sein meine ich nicht hier sondern weiter da müsste ich hier glaube ich gewesen sein disneyland disneyland ach so disneyland jetzt habe ich das gecheckt so da haben wir den doch glaube ich oder ja mann du hast 08 15 gefangen nicht schlecht sagen wir mal dass ich auch ein wenig ahnung von pferden habe ich werde sofort anfangen ihn zu trainieren am ende des tages könnte ich ihm sogar ein paar interessante angriffe beibringen warte mal was naja du weißt doch für die pferdemeisterschaft wo alle trainer ihre pferde gegeneinander antreten lassen wie auch immer jemals von gardner gehört ich habe gehört es ist ein ganz besonderes leichtes pferd das normalerweise in bebauten gegenden zu sehen ist es scheut keine wachen du willst dass ich das pferd einer wache stehle nun technisch gesehen gehört es nicht der wache alle gardner ist sind eine schöpfung der natur ja aber nice dass wir ihm eins jetzt gebracht haben das ist neiland so was haben wir hier erzpferd nice neues pferd gelernt äh kennengelernt hier hier müssen wir lang so und bisschen schneller so da wären wir auch schon das majestätische rauthaus und eine lange lange schlange die wahrheit ist dass du nicht nur unser liebster pappers der freund ist aber du bist auch im gegensatz zu uns bürger dieser schönen region ein eine hemmelschaft gerade heraus gesagt wir sind außenseiter und das bedeutet dass nur du unsere bescheidene brennerei legal registrieren kannst also darum geht es hier wirklich oh nein 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 du bist immer noch unser geliebter kamerad jetzt müssen wir uns um einige andere dinge kümmern würdest du bitte in dieser gefährlichen schlange stehen und unsere brennerei registrieren wir danken es dir vom grunde unserer mutigen herzen das soll doch wohl ein scherz sein warte in der schlange ja dann warten wir pscht 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 ey was willst du denn? komm her das ist die glibenden Leute in der schlange Ach, nö. Boah, der hat auf den da geschossen. Lass uns so hinstellen, dass er auf ihn wieder schießt. Ja, komm, komm, schieß. Schieß, komm. Komm, schieß. Hab den Mut, schieß. Ach, nö. Kleines Arschloch. So. Wir tritt das Rappos ohne die Wachen. Ach. Müssen wir den loswerden? Toll. Ich hab ne Idee. Ah. Nein. Kontrollpunkt neu laden, komm. Ja, ja. Nur mal so als sage, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, geht das dann auch voran? Ja. Ja. Nein, das können wir hier auch einfach nur warten. Ja, okay. Das ist easy. Ja, ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Ja, das warten. Ja. Okay, wie ist es gelaufen? Bitte spann uns nicht länger auf die Folter. Ihr seid jetzt registriert. Oh mein Gott, das erfüllt uns mit solcher Freude. Wir müssen feiern. Zur Brennerei. Okay, und da wir Spaß haben, lass uns dort ein Rennen. Warte, oh zum Teufel. Ich renke als erster, die Brennerei, ohne dabei die aufgängsend mit der Wachen auf dich zu lenken. Ja, ich würde sagen, wir reiten jetzt ganz schnell dahin. Da reiten wir einfach durch. Ausdauer des Pferdes reicht aus. Einfach quer durchs Wald. Durch den Wald. Hallo. Hallo. Ich werde da stecken. So. Eine Minute haben wir noch Zeit, um da hinzukommen. Müssen wir da hin? Nee, nicht wirklich. So, dann gleich hier runter. Ja. Aus dem Weg. So, wir bleiben beim Schwert. Irgendwie hier meine liebste Waffe. Irgendwie. Ist das, ist das der heilige Graal? Das kann nicht sein. Das muss... Freunde, wir wurden mit dem wahren heiligen Graal gesegnet. Wir haben... Hä? Das hier? Nein, Sir CJ wartet. Haha, du dummes, dummes kleines Ritterlein. Da ist in unserer Falle direkter Mann. Ah, Sir CJ, Brüder, zu den Waffen. Warten werden Lieder über diese Schlacht singen. Wir furzen in eure allgemeine Richtung, weil ihr unsere Brennerei sorgfiert habt. Zu den Waffen. Erstmal nehme ich sein Geld. Sein Geld nehme ich auch. Aua. Nein. Wie ist das denn jetzt passiert? Kontrollpunkt neu laden, komm. Ja, wieder viel zu viel. Ja, komm. Jetzt beeil dich. Na, nee. Ja, komm. Das Gold nehmen wir. Natürlich. Oh, den habe ich auch noch aus Versehen. Hoppla. So, sind alle tot? Ja. Ne, doch nicht. Da ist noch einer. Ich kann es nicht glauben. Unser armer Sir CJ. Er starb, während er sich dessen hingegeben hat, woran er glaubte. Alkohol. Er wird für immer in Erinnerung bleiben. Wir werden sein Werk fortsetzen. Auf einer angemessenen rechtlichen Grundlage. Dank für deine Hilfe, Guide. Du hast das Zeug zum Ritter. Weißt du das? Nice. Drei Skillpunkte erhalten. Letzter Kreuzug. Wäre jetzt nice, wenn wir das hier auch noch kaufen könnten, irgendwie. Von denen. Aber wir sind schon mal bei 4.290 Gold. Dann müssen wir nur noch die beiden machen eben. Aber ich drücke immer die falsche Taste. Wir haben jetzt 4. Nice. Was haben wir hier? Da brauchen wir 6. Molzenschleuder, da brauchen wir 10. Hier brauchen wir... Wir sehen, lange Kurzgeschichte. Guide verbraucht beim Rennen und Kämpfen um 5% weniger Ausdauer. Brauchen wir ja noch nicht. Hierfür fehlt mir noch einer. Ausdauer des Pferds wird um 10% schneller regeneriert. Dann haben wir hier Gottes Liebling. Guide findet um 10% mehr Munition und Geld. Ja, das brauchen wir. Können wir es uns sogar leisten. Oder was haben wir hier? Ich bin für Munition und Gold. So, und dann nehmen wir das Spiel wieder auf. So. Ja, wir machen zuerst den da. Und reiten los. Oder wollen wir eben... Komm, wir machen das hier eben. Den hier machen wir eben. Und jetzt schnell zu Ride a Horse. Oder äh, Pimper Horse. Gartner, da haben wir den. Und schnell zu Pimper Horse. Und dann nach Disneyland. So. Von der Poliergold ausgegeben. Pferd ist wieder normal. Also, keine Fahnung mehr. Ist auch schön. Dann bringen wir das in einen Typen da oben wieder. Habe ich irgendwie gerade echt Bock zu? Nein. So, ja. Warum genau? Wir machen jetzt ein Gartney. Bring jetzt den Pferdetrainer. Genau. So. Sind wir in Disneyland? Wo waren das? Ne? Da oben müsste er gewesen sein. Genau. Disneyland. Wow, sie. Was für ein wunderschöner Garten, ey. Mit dem 08 Popsen und dem Gartney könnte ich eventuell mein erstes Abzeichen erhalten. Frage nicht weiter. Ach, welch vertrauen du in mich legst? Ey, könntest du vielleicht einen Hengst reiten? Du findest ihn hier in dieser Box. Ganz nebenbei weißt du, was wirklich super wäre? Du auf einem für mich gefangenen roten Blitz. Lass mich raten, es ist ein Pferd, das recht schnell laufen kann. Euch genau. Du hast tatsächlich getreut, wenn es um Pferde geht. Aber vergiss nicht, es muss rot sein. Jeder weiß doch, dass die roten schneller sind. Roten Blitz? Ich brauche einen roten Blitz, mein lieber Pferd. Je röter, desto besser. Einen roten Blitz. Wo kriegen wir einen roten Blitz her? Hier haben wir einen Panzerpferd. Ne, ein Hengst. Ah, den darf ich jetzt reiten hier. Drei Pferde können wir uns wahrscheinlich freischalten. Ich habe doch gerade hier von dem Hengst gesprochen, den ich reiten kann. Was ist der jetzt? Nice. Ein roter Blitz? Keine Ahnung. Aber finden wir wahrscheinlich noch. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn das hier ein Blitz ist... Faulpelz? Ne. Was haben wir hier? Fliegshuf. Ja, okay. Ey, das ist mein Pferd. War mein Pferd. So. War mein Pferd. Klar. War mein Pferd. Wir sind wel, ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020